Die übelste Frame-Einbrüche? Ach komm! Ja! Nein, fliegst du neben's bohnten! Wo bin ich? Ach, jetzt bin ich hier, okay. Wie war das? Ich bin so gut da drin! So, und jetzt warten wir mal ab. So, okay, ich muss, wenn es hier ist, muss ich springen. Jetzt. Hallo? Der Spring, das Ding ist schon längst vorbei, du springst. Bei mir ist es erst da. Weißt du was? Ich zeig dir, dass mir das geht ohne Wasser. Naja. Naja. Okay, beim letzten war ich zu schnell. Ja komm, den letzten will ich jetzt einfach packen. Huh. Nach Ach und Krach, oder mit Ach und Krach. Ja, mit Ach und Krach. Ja, mit Ach und Krach. Geht's und die andere? Boah, Mann. No Gas. Ja. No Gas! No Gas! No Gas! No Gas! Was ist das jetzt? No Gas! No Gas! No Gas! No Gas! Es waren wirklich nicht unbedingt eins mit der der schlausten Idee. Umso das! No Gas! Das alors! Ich will nicht, Alter. Der Gang ist zugegangen. Ich war's nicht. Guck, ist doch alles Jans. Station 10. Ah, Much better. The next test has a lot of buttons. Was haben wir? Suche keine Button... Hä? Wie ist denn keine Button suchen, die suchen Hilfe? Drück mal auf den Button First Number. Lol, nochmal. Zweite Nummer. Dritte. Fünf, zwei, acht. Fünf... Zwei, und die... Acht, und nichts ist passiert. Okay, nochmal. Erst, äh, geh du mal hier hoch. Das ist nämlich bei mir irgendwie voll der Felder. Ich habe keine Nummern angezeigt. Ach, cool, man kann jetzt endlich auch voneinander weg. Voneinander vorbeigehen, ne? Ja. So. Drei. Ist das wirklich eine Drei bei dir? Ja, das ist eine Drei. Bei mir wird ja nur so die Hälfte der Zoll angezeigt. Zwei. Drei. Acht. Drei, zwei, acht. Drei, zwei, acht. Du sollst vielleicht mal... So, ist besser. Station Eleven. Was haben wir hier? Nice job, Test-Elf, already. I guess you got more Brainstance. Okay... Oh nein! Oh ja! Guck mal, was das da hinten ist. Ja, ich kniff. Oh, ich glaub, du musst mich delegieren, was ich machen soll. Ach, der Sandblock muss weg, okay. Hä? Wie soll denn das gehen? Jetzt hast du einen Goldblock. Hä? Warte mal, bevor du jetzt noch mal irgendwas drückst. Warte mal, so, ich drück jetzt... So, ich drück jetzt mal auf den allerersten. Ja, der nimmt die... Jetzt sind die Pistons alle ausgefahren und gehen nicht mehr zurück. Ah, jetzt gehen sie immer zurück. So, jetzt mach ich den Ausboten. Machst du schon? Ja, jetzt mach ich den dritten. Ah, okay, jetzt wird das geschoben. Jetzt mach ich den vierten. Hm, Moment, ähm... Ja, mach den vierten und... ...ersten, dritten, dann den ersten. Oh. Ne, war das die erste? Dritte, so, jetzt der dritte. Ja, jetzt die erste. Anlassen den dritten? Ja. Das ist der erste. Okay, nein. Das war der zweite? Der zweite bewegt anscheinend nichts. Okay, dann mach mal die eins nochmal weg. Dann mach die drei auch mal weg und dann will ich mal gucken, wieviel Schalter gibt's denn? Äh... Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Aber beweg jetzt mal die fünf. Äh, die fünf spielen ein, zwei, drei, fünf. Ah, ja. Drei und fünf, bitte. So, jetzt die... ...fünf weg. So, die drei auch weg. Jetzt probierst du mal die sechs, bitte. Ah, ja. Gut, macht nix. Die sieben, bitte. Japp. Sieben weg. Okay, jetzt haben wir zumindest mal die Goldblock da weg, aber den Sandblock haben wir immer noch nicht. Guck's dir doch mal an. Ja, ich komme. Okay. Ach, okay. Schon mal auf die Öko guckt, wir haben schon wieder eine Stunde. Mhm. Ja, komm, das Retzel versuchen wir noch zu lösen. Der Sandblock muss irgendwie da weg, das heißt... Warte, gehst du mal da hoch. Ja. Du kennst dich damit vielleicht schon ein bisschen besser aus. Ja, lol. Okay. So, mach mal die eins. Die eins. An und aus. Zwei. Okay, die hat nix bewegt, die drei. Doch, die zwei macht irgendwas unten im Gang, aber ich weiß nicht was. Achso, ja, hab ich auch gerade gesehen, ich glaub die... Macht irgendeine Rettstorm Torch an und aus. Wah, Hilfe. Jetzt hab ich... Ja. Okay, die... Dann der Reihe noch weiter. Das war die drei, oder? Na, das war die vier. Die vier, Entschuldigung, ja. Ja. Die sechs. Die sieben. Und jetzt nochmal die acht. Ähm... Martin, nochmal umlegen. So, stopp. Ähm... WTF. Also... Ah, doch, ich glaub der Goldblock muss doch jetzt... Der steht doch zwischen... Warte mal, der müsste jetzt eins nach vorne, oder? Leg mal den... Warte mal. Warte mal. Anna, zwei, drei, vier, fünf um. Fünf. Ähm... Entschuldigung, nochmal zurück. Die sechs. Die macht doch nix. Die sieben. Und... Was ist, wenn du die nochmal zurückziehst? Okay, mach nochmal an. Und jetzt die fünf. Die fünf. Die fünf. So, fünf... So, und jetzt die... Drei. Jetzt die drei. Hm. Nochmal zurück. Und jetzt die... Vier. Ähm... Warte mal, ich komm mal kurz runter. Ich glaub ich hab ne Idee. Und zwar... Da muss man das dicke Pisten hin bewegen. Da hat der Goldblock da. Der war jetzt noch eins oben drüber vorher. Der war hier oben. Ja, ja. Aber am Anfang stand er hier. Warte. Ich würd sagen, wenn der hier war... Eins hier hin... Ich glaub wir müssen... Da kann der hier ausfahren. So, dann kannst du den da reinschieben. Aber dann nutzt dir das da nix. Ich glaub wir müssen da... Irgendwie ne dicke Pisten hinkriegen. Ah, zwei Hebel nutzen doch nix, ne? Die nutzen erst, was wenn die Pistens drüber sind. Nur wie kriegt man die Pistens da hüten? Ich bin nochmal nach oben. Wisst ihr, ich glaub wir machen jetzt hier mal kurz eine Aufnahme. Stoppen die Welt und gucken uns das Rätsel da mal an. Genauer. So, okay, jetzt sind wir fast Ausgangsposition. Auf jeden Fall, ich mach jetzt mal hier einen kleinen Cut. Ach sie, Aufnahme schon. So, und hier sind wir auch wieder. Es hat sehr, 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 sehr lang gedauert, bis wir das hatten. Moment, ich mach mal kurz was gucken. Ah gut, nochmal. Ich hab jetzt nochmal 160 Gebearbeit frei. Ich musste vorhin mal gucken. Ähm. Achso, ich hätte auch einfach außen rum gehen können. Äh, und hoch gehen. Und wehe, du schlägst mir jetzt runter, dann gibt's sowas von... ins Gesicht. Oh, fix gestärkt, ne gute Idee. Hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Na, wie geht's, tschüss, tschüss, los geht er noch dabei. Scheiße, ich hab den Fackel abgeschlagen. Okay, jetzt will ich den Fackel ablaufen. Ich glaub, du bist so ein TNT hingesetzt, noch nicht mitbekommen. Wenn du noch gerätselt hast. Ich glaub... Ich glaub... ...ich muss in einer halben Stunde, einer Viertelstunde... ...möch auf... ...Wadi hinlegen. Äh, in einer Viertelstunde. Include Sound, oh mein Gott. Nein, nicht sowas. Was denn? Ich geh mal nach da oben, mal gucken, was das bewegt. Hey, meine Idee. Ja, hier sind Redstone-Torches und hier... Ach, hier ist die... ...Folge. Moment, dafür muss ich mal kurz die Playlist stoppen. Voll. Ich hör da nix. Moment. Sound-Option. Sound auf 100. Da ist nix. Au. Da ist wirklich nix. Ah! Da muss man die Musik anhaben. Geh mal auf die Pressure Blitz nach dir. Ah! Nix. Nix. Sein Ernst. Hübsch, ne? Äh, oha. Okay, der war's nix. Warte mal. Mach mal. Nein. Nein, ist der Schlusston. Habe ich grad nen Pisten gehört? Nein, weiter. Nein. Der war's auch nix. Mach's vielleicht der hier. Ja. Nein. Doch, der war der Anfangston. Der Anfangston ist höher. Das ist der Anfangston. Okay. Machen wir nochmal die Melodie. Düm. ... ... ...